Irgendeine Scheiße, die keiner braucht Amen Willkommen zu einer neuen Runde Gegenschlag Globaler Angriff I ain't here for the money I ain't here for the fame No one might be nice to our own Lake ist wär nice, wenn du nicht auf K rumstehen würdest Ähm, nice! Die sind beide oben Das ist einfach mal Ich hab beschlossen, einen wunderbaren ... zu machen, wär super nett, wenn du jetzt ganz los fern annehmen würdest, sag ich schon Schiss Ja, und wie vielleicht so ist Gopper Videos Also im Grunde genommen Wenn wir jetzt mal zwei, drei Videos rausnehmen Is Rest Channel Nimmt Aber das ist ein anderes Thema Ähm, ey, Bruder, ich geb dir gleich Ace in deinen Arsch Okay, dann Oh, ich hol mir ne Schrotz, ich hol mir ne Schrotz Ich leg jetzt alles auf zwei Karten Verstehst du? Wegen den zwei vermeintlichen Rohren Obwohl es nur eins ist, äh Der war so schlecht, darf ich dir das ganz kurz Alter Junge, könnt ihr mal bitte ihre Fresse halten mit ihrer Scheiß Ding Mit ihrer, dummen Blend Das war unfair Jetzt zähl mal Leute, wir dürfen ganz auf Menschen schießen Ja Leute, wir verklagen euch, ne? Francis und ich werden jetzt rin holgern Hol mir Marlen, die ich mir nicht leisten kann Deswegen hol ich mir die 47er AK Ich weiß nicht mehr wie Junge Perfekt, du holst dir Marlen Marlen gibt's nur auf A Das ist nicht Marlen Gerlinde, du Affe Gerlinde, ja genau Nein, Gerlinde, warte mal Du hast Francis Ah, was hast du dann? Dann hast du auch Francis Alter Ich erklär dich jetzt zur Intelligenz des Tages Ich hatte ne AK Ja Dann haben wir beide ne Francis Top Also heißt diese Waffe Francis Ja Und ich bin hochgewarbt Ich muss nochmal reinkommen auf der Rainbow Und bei Rainbow heißen die ja völlig anders Übrigens, falls du es noch nicht wissen Ich bin so leicht bis mitteltod Leicht bis mitteltod Leicht bis mitteltod Oder noch Mhm Ähm, by the way, der hat leicht bis mittel meine AK Sehr schön Und ich hab nen Ace No, no, no Ich hab ne Autos, Niker Du hast Gerlinde, gut Ähm, ich spare jetzt auf Ave Maria Nice, nice Perfekt Hab ich mir jetzt an der Stelle Schreib mal Sieg Ähm, ich bin so leicht tot Du hast ihn gestorben Ich hab's gesehen Ja, Sneak und Peek Und gibt ihm jetzt nen Headshot, weil der nicht schwuchtel ist Ja, hat tatsächlich gut geklappt Das war unfair Du Sanne Ist ein Kacknamen, ich weiß Und von der anderen Seite Jo Durch den Tunnel Der ist da, der ist da Bessere Beschreibung Peek Kann einfach sein, dass es bei mir einfach ein bisschen leckt Und ich deswegen äh, noch ne ganz andere Stellung von dir Ich müsste mir auch mal die Ave wieder kaufen Ähm, Fakt, man kann Rauchgranaten nicht fallen lassen Danke, Merkel Ich geh übrigens Schaut, falls du es noch nicht gesehen hast Das sehr leicht zu übersehen ist Ja, gib mir Instant Headshot Du hast es verstanden, mein Junge Du hast es verstanden Ich glaub ich's auch Da konnte mir der mich sehen Zu 100% War ich mir schon sicher, als die uns zum ersten Mal geholt haben Aber Ich wusste das halt nicht nur angeschaut haben Wenn du gut bist, dann bist du auch besser auf der Ave als ich Äh, äh, ja Alles zum Thema Gut spielen Der Hart scoped Auf, ähm Den Ausgang Ja Die Information war hilfreich für mich tatsächlich Wättest du mir aber auch ruhig mal die Information mitgeben können Dass das ein Drecksbastard ist Achtung Ja, dann hätt ich Hätt ich zu 100% gewusst, dass es ein Drecks-Homo-Bastard ist Wie er's Aufsichtlich ist Dann, äh, hätt ich gewusst, dass der der Hart scoped Weil ein Drecksbastard hilft mir nicht, äh Das Verständnis By the way, ich hab den einen Ich weiß, wo der andere ist Ich weiß, wo der andere ist Wo, 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 wo Ähm Tod Darf ich dich anschießen? Ich hab dir auch gegiegelt Natürlich Ich bin einer, ich bin der eine Tanne halt gerade Sind sie sprachbehindert? Und Ich hab den ersten Als ob du den Kill bekommst Alter Junge, was bist du'n für'n Scammer? Ich wusste, dass du den holst Und hab den dann auch schnell in den Rücken geballert Damit du nicht den Kill bekommst Junge, was bist du'n für'n Scammer? Ich hab jetzt mal seine Diegel genommen Die auf jeden Fall Dreimal so geil ist wie meine Ähm Ich wollte dich gerade darum bitten, dass du einfach nur am Leben bleibst Oh, stopp Hast du das anscheinend nicht geschafft? Oh, ich wurd' Ich werd' Gold Oh, oh Der ist eine Eingangshalle Spawnpeaker nenn ich das Ich kann da schön lang Ich kann da schön lang Ich nenn's Spuchtel Ja, Spawnpeaker Spuchtel Der Brandkanate in die Eingangshalle ist immer gut Da kann ich auch so'n Huren sind Wo ist'n wir Huren? Warte, ich weiß wo der ist Links im Tunnel safe Ich geh da durch Das ist'n Huren Äh, der ist nicht links im Tunnel Der ist Window Links rum Links rum jetzt Alter Hast du's gesehen? Huren Ich gucke gerade nach links Du läufst da vorbei Da denk ich mir doch Der Typ schwul? Der hat den Lass Lull Der ist Der hat den Sniper Der hat den Sniper Der hat den Sniper Der ist Brücke Der hat den Sniper Ja, tot Ich spawne Nice Danke Mikel Wenn es euch gefallen hat würde ich mir HuiS rüber Like, Comey, 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 Comey kongy Abo Like, comey, Comey Nice, ich habe eine Kiste bekommen mit der ich absolut viel anfangen kann Kannst du mir trade Im Komi, Comey, Comey und Comey, Freunde Bis dahin J Alert Du darfst noch Tschüss sagen. Ähm... F.I.R.A. Tschüss.